Habt ihr gedacht, ich mache Späße, als ich sagte, ich mache eine Blumenwoche? Ich habe das 1000% ernst gemeint. Und da sind wir wieder mit dem ersten neuen Set von Lego jetzt hier im Februar 2023. Und damit ahoi ihr Küstenkindern, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Lego hat neue Pflanzen in der Botanical Collection auf den Markt gebracht. Und ich habe euch heute hier zum 2. Februar, müsste es sein, bereits das erste Set jetzt mitgebracht. Gestern ist es quasi offiziell erschienen. Wir haben hier die Z-Nummer 10-3-13 und es ist der Wildblumenstrauß. Preislich liegt das Set bei einer UVP von 59,99. Dieses Set ist aber nicht Lego-exklusiv, das heißt, ihr bekommt darauf Rabatte. Der Teilepreis ist so aber schon fair, wie ich finde. Wir sind bei der UVP bei einem Teilepreis von 6,39 Cent. Ja, wir haben hier viele kleine Teile drin, das ist richtig, aber nicht nur. Wir haben vor allem auch interessante Technikteile hier mit im Set drin. Und auch ein paar interessante Blätter mit drin und generell spannende Farben. Und den Teilepreis finde ich deswegen als völlig fair zur UVP, denn mit Rabatten wird es ja, wie gesagt, erheblich günstiger. Was ich bereits in meinen ersten beiden Videos hier in meiner Blumenwoche gesagt habe, hat sich hier wieder bestätigt. Ich finde, die Auswahl der Teile, die Lego hier für die Blüten verwendet, ist wirklich phänomenal. Hier steckt so viel Kreativität und Liebe drin und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl für Lego. Ich habe so meine Probleme mit der Firma und ich werde auch noch ein Video machen, warum ich Lego teilweise wirklich zum Kotzen finde. Aber in dieser Produktlinie zeigen sie, was sie eigentlich können und wofür sie verdammt nochmal stehen sollten. Was mir in den letzten Videos aufgefallen ist, sehr viele schreiben unter meinen Videos in die Kommentare, dass sie nicht verstehen, wie sich denn jemand Blumen aus Lego kaufen kann. So ein Klassik-Kram kann man sich da nicht hinstellen. Es gibt auch andere Kunstblumen, die auch gut aussehen, die viel besser aussehen. Warum denn Lego? Ja, das habe ich anfangs auch gedacht. Ich dachte auch, was ist das denn für ein Mist? Warum machen die denn sowas? Warum bringen die denn Bausteinblumen auf den Markt? Wer kauft denn sowas? Ja, nur ist es so, dass ich mir sowas kaufe und zum einen hat das einen Grund und zwar, ich hasse Blumen. Es ist vielleicht überraschend, weil die finde ich gut. Also ich finde Schnittblumen wirklich furchtbar. Da kauft man sich Blumen, die abgeschnitten werden, die quasi schon dem Sterben geweiht sind, die einfach sterben werden, die sind tot. Die verschenkt man dann und dann welken sie vor sich hin. Also noch sinnloser kann man Geld gar nicht wegschmeißen als das. Dann würde ich Geld lieber am Fluss schmeißen und gucken, wie schwimmt. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß, als Blumen beim Sterben zuzusehen. Denn ich weiß, da bin ich ein bisschen speziell unterwegs, aber ich finde Schnittblumen einfach nur furchtbar. So, jetzt gibt es ja noch Pflanzen in Erde, also so im Topf, in Toppflanzen. Und da habe ich das Problem, dass die bei mir auch nicht lange leben würden, weil entweder gieße ich sie zu viel oder, was der wahrscheinlichere Fall ist, ich gieße gar nicht. Ich habe das einfach nicht mit Pflanzen. Ich bin kein Mensch mit Pflanzen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber ich habe vor kurzem erfahren, das geht nicht nur Männern so. Also, falls ihr sagt, ja, du bist doch Mann. Nee, nee. Es gibt auch Frauen, die nicht so gut mitpflanzen können. Schöne Grüße gehen raus an die Person, die damit wahrscheinlich gemeint ist. Also, die wahrscheinlich weiß, wer damit gemeint ist. Okay, also. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Das verbindet das Hobby Klemmbausteine mit dem Thema Pflanzen und Blumen. Und ich kann diese Produkte immer wieder variieren untereinander und habe immer einen anderen Strauß, wenn ich das möchte. Und kann sogar selbst hier kreativ werden. Also, dieses Konzept finde ich schon cool. Und die sehen sogar wirklich gut aus. Andere Bausteinsets. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, wie sowas hier. Diesen Jazz Club würde ich mir niemals ins Wohnzimmer stellen, wo der ständig zu sehen ist. Ich finde, dass Lego-Bausteinsets fügen sich nie so richtig gut in eine Wohnung ein. Das wirkt immer unruhig, unordentlich, so ein bisschen kramig. Und es stoppt sowieso ein, dass das sieht einfach nicht natürlich und organisch aus. Passt nicht so richtig rein. Aber bei diesen Blumen ist das irgendwie anders. Wenn ich mir die in die Einrichtung stelle, wirken die, also in die Wohnung zum Beispiel, in das Wohnzimmer, dann wirken die wirklich nicht viel am Platz und nicht so falsch wie andere Bausteinsets. Ich erzähle vielleicht komisches Zeug. Ich weiß, wie ich es meine. Ich weiß nicht, ob ihr es so versteht. Auf jeden Fall bin ich deswegen wirklich ein Fan von den Blumen. Und beim Blick auf die Uhr fällt mir auf, dass ich schon wieder viel zu viel schwafe, ohne eigentlich was zu zeigen. Und deswegen gucken wir uns jetzt die Box an, bevor ich euch das Pflänzchen hier einmal richtig zeige. Die Box sieht von vorne so aus. Hier ist der Strauß einmal abgebildet. Ich habe mir versucht, etwas nachzustellen. Da oben ist mir nicht geglückt. Das ist natürlich wieder klar. 939 Teile, wie gesagt. Teile, Preis habe ich ja gerade erwähnt. Wildflower Bucke, Wildblumenstrauß. Auf der Rückseite sieht es dann so aus. Jetzt haben sie hier die Lupine abgebildet mit 43 Zentimetern. Ich weiß gar nicht, warum sie die kleineren nehmen. Da ist noch ein Ritterspor mit drin. Der ist von der Höhe her 47 Zentimeter. Dann seht ihr gleich mal im Größenverhältnis, wie groß das ganze Ding ungefähr ist. Ich halte euch einfach den Rittersporn daneben. Sparen wir uns hier den Gliedermaßstab. Jetzt benutze ich den Wort. Jetzt schreibt mir unten drunter, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Die Anleitung möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die sieht jetzt so aus. Bei den Orchideen war das hier noch alles schwarz, der Hintergrund. Und vorne eben die Blume. Hier ist es jetzt weiß. Ich finde das ein bisschen langweilig und unkreativ. Aber ich muss auch sagen, zu den Wildblumen passt diese dezente Farbe wieder, weil er so ein Wildblumenstrauß aus so einem leichter Strauß, so ein luftiger Strauß ist. Ich benutze ja Wörter über diesen Blumen. Da dachte ich gar nicht, dass die in meinem Bordschatz überhaupt existieren. Leicht, luftig, fluffig, blumig. Wunderschön. Also, die Anleitung ist Lego-typisch, so wie ich das immer sage. Und ist dann zum Beispiel so aufgebaut, ein paar Teile pro Bauschritt oder auch gerne so aufgebaut und dann geht es hier vorwärts. Wir haben hier in diesem Set keine Farbkodierung. Haben wir nicht. Außer die Achsen, die drin stecken. Wir haben hier auch wieder rote Achsen drin. I don't know. Ich weiß nicht, warum sie es machen. Keine Ahnung. Die die Stängel zusammenhalten. Und wir haben hier teilweise auch hier zum Beispiel jetzt gelbe Achsen. Ich meine, bei der Blumen passt gelb sogar. Aber eben hier wäre jetzt auch eine gelbe Achse drin. Da ist halt die Farbe. Aber die Achsen sehe ich überhaupt nicht. Von daher ist es in dem Fall dann okay. Was mir an der Anleitung bei Lego letztens ziemlich gut gefällt, sind diese kleinen Hinweise, die ab und zu mal stehen. So wie hier jetzt. Was hier gerade gebaut wird, was daran besonders ist und welche Teile das sind und wo die vielleicht früher schon mal verwendet worden sind. Und hier seht ihr diese Palmenblätter quasi. Das sind Blätter aus den alten Lego-Piraten-Sets, die es in den 90er Jahren gab. So schreibt Leo das hier rein. Von diesen Blättern sind ja in diesem schönen Nuckelgrün eine ganze Menge drin. Und zwar in 205. Es sind 15 Stück sogar, die ihr dann vielleicht für ein Piraten-Setting benutzen könnt. Ich finde das Ding sogar als Teilenspender eigentlich ziemlich cool. Da ist also der Strauß, wie ich ihn zusammengestellt habe. Ich hole ihn mal hier so ein bisschen nach unten. So und dann könnt ihr hier einmal einen Blick werfen. Vielleicht rolle ich mal einen Hinten und halte ihn vor mir. Geht das ein bisschen besser? Ja, da so. Schaut mal. So habe ich das gemacht. Ich habe in dieser Vase wieder so ein bisschen Steckmasse reingeschmissen, dass die bis hier ungefähr kommen. Aber das ist ungünstig. Denn wenn ich diese Stängel in die Steckmasse stecke und die wieder rausziehen will, passiert es manchmal, dass unten so Teile von den Technik-Konnektoren hängen bleiben in der Steckmasse. Und es ist nicht so richtig organisch. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr hier, wenn ihr sowas macht, so Sand reinfüllt. Es gibt doch irgendwie so, ich habe das mal gehört, ich treibe mich selten in Dekolänen rum, so Schüttgut. So Sand sieht aus wie Splitt oder Katzenstreue, keine Ahnung, irgendwie sowas. Katzen mag ich, das kenne ich deswegen. Kann ich hier reinschütten und dann kann ich die Stängel in die Länge reinstecken, wo ich sie möchte und kann auch so ein bisschen variieren und so ein bisschen bewegen. Und ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ich habe es nicht probiert, aber ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall ist das hier so der Strauß. Jetzt versuche ich, den nochmal so ein bisschen für euch zu fixieren und ihn euch so hinzuhalten. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das sieht wirklich, wirklich cool aus, wenn ich so einen Strauß so zu stehen habe. Der sieht wirklich schön aus. Ein bisschen luftiger, wenn ich es loslasse, ein bisschen enger gedrückt, wenn ich es halt zusammendrücke. Ja, also alle möglichen Wildblumen, die es gibt, sind hier drin. Und ich versuche, die gleich für euch zu benennen. Und zwar jetzt, um genau zu sein, um euch einmal das ganze Ding hier einzeln in Einzelteilen zu zeigen. Lasst uns mit dem Fahren starten. Das zählen die als Wildblume. Naja, Fahren. Wir kennen alle Fahren. Es ist klassischer Fahren. Wir haben hier diese Blätter, die ich gerade schon erwähnt habe, drin. Er ist schön gebaut. Ich sehe keine bunten Farben. Ich habe hier Technikachsen, also Technikkonjunkturen mit roten Technikachsen auf die Länge gebracht. Da habe ich hier drei Farbenblätter. Super simpel gebaut, super easy gebaut, aber es sieht genauso aus, wie Fahren aussieht. Ich finde, ja, ist gut. So einzeln, ziemlich langweilig, aber als grünes Ballwerk für einen Blumenstrauß absolut unverzichtbar. Schaut mal, was ich hier habe. Das ist der Rittersport. So glaube ich. Und der ist 47 cm hoch. Damit möchte ich euch einmal die Größe zeigen, wie es hier bei mir steht. 47 cm in der Vase. Er rankt das darüber hinaus. Wir sind bei über 50 cm Gesamthöhe, wenn ihr so eine große Vase hier habt. Und das ist die größte Pflanze, die hier im Set enthalten ist. Der Rittersport. Wir haben hier, wie bei den meisten Pflanzen in dem Fall, diese langen Technikachsen. Das sind Technikachsen mit einer Länge einer Baseplate. Also ich glaube 32 Noppen in der Länge. Davon sind hier einige drin. Der wird unten nochmal verlängert durch zwei Technikkonnektoren. Und wenn ich die kürzer haben möchte, kann ich die abmachen. Wenn ich die länger haben möchte, kann ich ja woanders ein paar abnehmen zum Beispiel und damit hier verlängern. Und ich habe noch eigene im Fundus. Kann ich also schön variieren. Ansonsten finde ich hier die Blüten sehr schön gebaut. Die sehen so aus. Ich weiß nicht, welche Teile das sind. Das sieht wirklich aus wie Blütenteile. Allerdings weiß ich, was das hier für ein Teil ist. Ich kann euch das von hinten zeigen. Schaut mal hier. Das sind einfach... Ja, es ist echt schwierig. Blätter, die sonst grün sind hier. Das sind hier diesen Blauton dabei. Und damit haben wir die Blüte des Rittersporns einfach nachgebildet. Wir haben hier verschiedene Blütenstufen. Geschlossene Knospen hier oben. Dann leicht aufgegangenen Blüten. Und dann hier unten eben die großen, schon komplett offenen Blüten. Das gefällt mir. Bisschen Blattwerk. Und dann ist es das. Die Pflanzen sind teilweise sehr schwer. Und es biegt sich. Und ich weiß nicht, was auf Dauer passiert, wenn die in der Vase so ein bisschen schräg stehen. Und sie dann so ein bisschen biegen. Ob da irgendwann die Biegung nicht mehr zurückgeht, kann ich nicht sagen. Müssen wir mal ausprobieren. Ich wüsste aber nicht, wie man es anders machen soll. Pflanzen sind ja so ein bisschen schwingend. Ich hätte auch keinen Bock, das alles mit Technikkonjunkturen zu bauen. Das wird doch nicht wie ein Pflanzenstängel aussehen. Ich finde, das haben sie schon gut gemacht. Auf jeden Fall muss man es beobachten. Aber cool umgesetzt. Und schöne lange Technikachsen hier mit am Start. Die nächstgrößeren Pflanzen sind die Lupinen. Und ich finde diesen das Highlight in diesem Set, weil hier Teile verwendet worden sind, mit denen du niemals gerechnet hättest. Wir haben auch hier wieder diese Achsen. Die sind noch ein bisschen schwerer oben. Die biegen sich noch ein bisschen weiter durch. Unten wieder mit den Konjunkturen. Alles gleich gebaut. Ich würde euch gar nicht langweilen. Aber schaut euch mal die Blüte an. Also es ist für mich wie eine Lupine zu erkennen. Und vor allem auch für diese Blütenstufen. Unten diese offenen Blüten. Und oben die noch geschlossenen. So wie die Lupine in der Natur auch einfach aussieht. Die ist ja nie komplett offen, die Blüte. Die sieht immer so aus. Also es ist eigentlich nach ausgeblüht. Da sind die unten aber schon braun, während die oben erst aufgehen. Und schaut mal. Seht ihr, was das für Teile sind? Womit die Blüten gebaut worden sind. Einmal in diesem Pink und einmal in diesem Violett. Ja? Das sind Piratenhüte. Ich werde nicht mehr. So eine geile Teile. Wie kommt man auf die Idee, Piratenhüte zu benutzen? Und die sehen wirklich aus wie eine Blüte von der Lupine. Es passt einfach so gut. Klar, diese kleinen Löchlein, die hier drin sind, haben eine Lupine jetzt glaube ich nicht. Da so, wie seht ihr hier, wo man eigentlich so eine Feder oder sowas reinstecken kann. So ein Piratenhüte hat eben so eine Feder oder irgendwas anderes dran. Keine Ahnung, eine Fahne. Ja, und ich habe diese Piratenhüte als Blüten herangesetzt. Mega coole Teileverwendung. Und ich feiere das dermaßen hart, dass die hier sowas reinbauen. Kommen wir jetzt zu zwei Pflänzchen, die ich nicht so richtig zuordnen kann. Für mich sieht das aus wie die gemeine Schafgabe. Im englischen Text stand ja irgendwas anderes. Kein Anfang, keine Ahnung. Ich würde es mal als Schafgabe verkaufen. Sieht für mich so aus. Die Dinger zu bauen, ist nicht so witzig gewesen. Das sind halt sehr, sehr viele kleine Blüten. Ihr seht es ja. Und das darauf zu fummeln, das ist meditativ im besten Fall. Im schlimmsten Fall einfach furchtbar nervig. Bei mir war es eine Mischung aus beidem. Hier haben wir keinen Stängel. Hier haben wir jetzt wieder dieses Thema mit den Technikkonnektoren. Und eben mit den Achsen innen drin. Zwei sehr einfache Pflänzen. Aber als weiße Farbe da mit drin. Als Farbtopf war sehr wichtig. In diesem Blumenstrauß und passt da auch gut rein, wie ich finde. So langsam wird der Strauß da immer ein bisschen kläglich. Aber wir haben jetzt hier ein paar schöne Blumen, die ich aus meiner Kindheit auch noch kenne. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wisst ihr. Und bin immer über Feldern gesaust. Vor allem im Sommer, wenn das Getreide da gerade gewachsen ist. Oder auch wenn es frisch gemäht war über die Felder. Über dies, das alles. War immer toll gewesen. Und da habe ich diese Blumen natürlich auch gesehen. Die Kornblumen, die ihr wahrscheinlich auch alle kennen werdet. Also könnte man kennen. In verschiedenen Farben. Einmal hier in Blau, einmal in Weiß. Finde ich schön, dass wir zwei Farbvarianten reingebracht haben. Auch wieder mit geschlossenen Blüten, offenen Blüten. Wir haben hier Minifigurenköpfe quasi als braune Knospen, die noch zu sind. Und obendrauf so eine Pflanzenstängel in Violett als... Wie heißt denn das bei der Blume, was da drin ist? Blüten, Pollen, Dinger, Antennen? Weiß ich nicht. Die Blätter schön gebaut. Die sind so ein bisschen strubig, so ein bisschen härter, die Pflanzen. Sie sehen so ein bisschen kantig aus. Und so ist es hier auch umgesetzt worden optisch. Also die haben hier wirklich einen richtig guten Job gemacht. So jede Pflanze für sich einzeln. Sieht ein bisschen Öle aus. Aber alle zusammen im Strauß. Das ist super cool. Der Lavendel ist sehr schlicht gehalten. Aber Lavendel sieht auch einfach so aus. Hier haben wir wieder diese violetten Blätter. Also die sonst grünen sind hier im Violett mit drin. Wieder Minifigurenköpfe auch im Violett. Also Farben für Teile sind hier extrem cool. Hier gibt es sehr, sehr viele schöne neue Farben für Teile, die ich so bisher noch nicht kannte. Jetzt kommen wir zu meinen zweitliebsten Blumen in diesem Strauß hier. Die finde ich jetzt richtig schön hier. Das ist Scheinmohn. Der ist hier gelb. Ich kenne den eigentlich in gelb gar nicht, muss ich sagen. Eher so rot-orange. Aber wahrscheinlich gibt es das auch in gelb. Hier in drinnen, das Pollenwerk quasi, ist eine Autofelge. In diesem Gelb. Diesen Gelbton mag ich sehr gerne tatsächlich. Ausnahme wieder wahrscheinlich so Schulterplattenelemente von anderen Seiten. Das weiß ich nicht genau. Und die Stänge. Und die sind auch sehr, sehr schön stabil. Generell sind die Pflanzen sehr stabil. Da ist mir eigentlich nie was abgefallen. Außer diese weißen Blüten bei der Suisse in der Schafgabe. Die gehen ab und zu über Flöten, wenn ich es da so ein bisschen arrangiere. Ansonsten hält hier alles echt gut. Steinequalität war hier ja auch großartig gewesen. Und das sieht so aus. Und auch so wie der Mohn so ist. So locker, so luftig. Da ist halt nicht viel Blatt dran. Da fässt bei einem anderen Fall. Hier bleibt also so ab bei so einem Mohn. Sie haben es auch schön getroffen. Das muss man erstmal schaffen mit Baustein. Nicht so klubig zu bauen, dass es wirklich so zart und zärtlich wie eine Blume aussieht. Also cool. So und jetzt kommen wir zu meinen Schmiederlieblingsblumen. Aber die mag ich in echt auch ziemlich gerne tatsächlich. Von der Optik her. Die Gerbera würde ich mir trotzdem nicht abschneiden und in eine Vase stellen. Und hier haben sie was gebaut, was ich cool finde. Weil Blumen sind ja niemals gleich. Oder? Der Mohn war ja gleich. Die Lupinen waren gleich. Der Lavendel war gleich. Hier ist ein Highlight. So. Gerbera. Wir haben einmal in diesem Pink, einmal in diesem Sonnenbrumengelb. Das sind trotzdem beides. Gerbera in der Mitte dieser Blüten, dieser Pollenkern da. Ich weiß nicht, das Teil kommt mir echt bekannt vor. Ich kann es gerade nicht zuordnen, wo es sonst verwendet wird. Sieht aus wie so ein Korb oder wie so eine Mütze in Asien. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall schaut euch mal die Blütenblätter genau an. Bei der pinken hier sind die alle, diese Paddel. Das sind übrigens Paddel als Blütenblätter. Super cool. In die gleiche Richtung ausgerichtet. Also, Moment. Hier oben ist diese Ecke, die nach oben steht. Und hier unten fällt es ab. Steht nach oben, fällt ab. Steht nach oben, fällt ab. Steht nach oben, fällt ab. Ich habe Wortführungsstörungen. Anders kann ich es nicht mehr nennen. Und bei der hier ist das nicht so. Jetzt hätten wir sagen können, okay gut, ich bin zu doof, die richtig zu bauen. Oder man steckt die einfach irgendwie dran. Aber nee. Hier, bei der gelben, haben sie wirklich die Paddel in verschiedene Richtungen arrangiert. Das seht ihr auch auf der Verpackung. Und bei der pink haben sie sie in eine Richtung arrangiert. So, dass diese Gerbera hier, diese gelbe, schon aussieht, als wäre sie schon fast verblüht oder ist schon am Ausblühen. Und die hier sieht so aus, als wäre sie gerade noch frisch in der Blüte und ist gerade erst aufgegangen. Den Effekt schaffen sie damit, dass sie die Blütenblätter hier anders angerichtet haben. Und eine Gerbera, die langsam ausblüht, sieht eben so ein bisschen franzig und zäutig schon aus. Und eine frische sieht eben so aus. Und da finde ich es cool, dass sie das so mit bedacht haben. Hier übrigens haben wir als Blumenbasis, als Blütenbasis, diesen Eimer, Bucket steht hier in der Anleitung drin. Für mich ist es immer ein Ausguck an Segelschiffen. In Braun dann. Hier ist es im Grünen eben die Blütenbasis. Dieses Teil ist auch schon uralt, weil wir benutzen sie für die verschiedensten Sachen. Und hier eben einfach für die beiden Gerbera. Ja, richtig cool. Man hat halt, weil sie eben hier zwei verschiedene Blütenstadien, auch wieder ein, zwei verschiedene Blüten dargestellt haben. Auch wenn es hier viele Blumenfeinde unter euch gibt. Ich bin begeistert von diesem Set und von der Themenreise. Habe ich eigentlich schon gesagt. Die Grünen habe ich schon genannt. Sparen wir uns das. Hier seht ihr doch mal den Strauß, den ich jetzt in der Hand halte. Könnt ihr super verschenken. Eurer Freundin, eurem Partner, eurem Chef. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat jemand einen Freund. Aber ich glaube, das verschenkt man eher nicht aufgebaut, sondern unaufgebaut. Damit der hier ist halt auch selber. Was hat es so? Ihr wisst schon, er ist ein bisschen näher. Okay. Auf jeden Fall. Mir hat das eine Riesenfreude gemacht. Ich baue jetzt noch den Trockenblumenstrauß fertig. Das ist ja kein Strauß. Trockenblumen gesteckt baue ich auch noch fertig. Das Ding sieht ein bisschen aus wie Hallo 70er oder 80er. Irgendwann, als es Trockenblumen gab. Mal sehen, wie das Ding in echt aussieht. Den werde ich euch hier auch noch vorstellen. Dann lasse ich euch auch schon Ruhe mit der Blumenwoche. Schreibt mir jetzt gerne mal eure Meinung zu diesem Set. Zu der Blumenwoche. Und zu diesem Video unten drunter gerne in die Kommentare. Und ob ihr sowas schon habt. Und ob ihr das tatsächlich kombiniert und kreativ seid mit anderen Strauß-Elementen, anderen Blumen, was auch immer. Würde mich echt interessieren, ob es jemand da draußen gibt, der das so wirklich macht und sich in die Wohnung stellt. Ich bin gespannt. Und bis dahin sage ich, wie immer, alles Gute und Tschüss hier von eurer blumigen Steinküste. Und bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017